Ja moin, scheint noch kein Schild zu greifen. Leute, Geld hast du, das heißt, ich muss eigentlich gar nicht aussteigen. Ne, ich... Ach doch, das ist Lukas. Ach, hallo. Du schon wieder. Da ist ja der Jetfahrer mit dir, der gestern Gerät hochgejagt hat. Ich hab es nicht hochgejagt, das Gerät ist in mich reingefahren. Du bist da reingefahren. Ja, ich konnte nicht bremsen. Das war es mal wirklich komplett, Digga. Was ist denn das?